HOMARC City, die HOMARC Group, präsentiert die Nullfuge in der Metropole der Holzbearbeitung. Die Nullfuge, eines der großen Themen in der Branche und die Lösung hat natürlich HOMARC. Bei mir ist Josef Zipfhauser. Ja, Herr Zipfhauser, wie sieht denn die Lösung von HOMARC aus? Ja, die Nullfuge erreichen wir mit unserem patentierten Lasertag-System, das wir jetzt auch im Handwerk einsetzen. Funktionieren tut es eigentlich ganz einfach. Es ist ein Laser, der die Rückseite der Kante, die mit einer speziellen Schicht versehen ist, erwärmt. Und diese erwärmte, aufgeschmolzene Schicht wird dann an das Werkstück angepresst. Somit erreichen wir diese Nullfuge. Ganz wichtig ist natürlich die Nachbearbeitung. Wie sieht die denn bei Ihnen aus? Ganz richtig. Die Nachbearbeitung ist natürlich sehr wichtig, wenn wir schon eine Nullfuge vorne machen können, realisieren können. Dann ist natürlich die Nachbearbeitung sehr wichtig. Wir realisieren das mit unserem FK31 an dieser Maschine, mit dem sogenannten Power-Trim. Mit diesem Aggregat können wir drei verschiedene Profile plus einer Phase in einer sehr kurzen Lücke stufenlos umrüsten und stufenlos einjustieren. Also HOMARC City natürlich mit zentralen Lösungen der Branche die Nullfuge.